Da ist das Maus aus deinem Gefolge. Liebe Damen und Herren, liebe Gäste, wir sind gekommen zu diesem Feste, weil man uns sagte, die Sachsen sind das Beste. Lange haben wir uns Gedanken gemacht, was wir dir wohl, liebe Damen und Herren, zu deinem Ehretag schenken, das du auch immer anderen selbst. Lieber Damen und Herren, wie gern hier hätten wir eine kleine Bildersammlung zusammengestellt. Geht leider nicht. Denn immer, wenn wir die Produkte auch gerade dabei haben, lassen wir gerade in seinem Haus und was du da bist. Karten für das Kappereingang, nicht in Frage, weil du nicht hart der sächsischen Sprache bist. Neue Idee, ein Wochenender bei den Augenblumen, ebenfalls du, denn die saßen alle da. Schuhe fürs Haus und da gehen wir uns geteilt aus. Wärme für dich muss es etwas besonderer sein, und da fielen noch Uli und Elf, ja auch mit den Ostprodukten ein. Lieber Wärme, nun bist du 50 Jahre, und endlich kannst du weggehen. Es beginnt ein völlig neuer Lebenser. In Zukunft, wirst du dir überlegen müssen, wie früh dein Garten wird. So greife nach den Waschungen und du weh an. Sie macht dich schön, sie macht dich jung, sie bringt deine Kreise voll in den Spruch. Frisch gesteilt zum Frühstück geeignet, was steht da auf dem Tisch, ganz frisch, ein alter, ein alter, ein alter Ziegenkäse, fünf lütterischen Dürer und Ziegen. Damit es dir nicht steht auf dem Magen, wehe das Buchenkneckerbrot als ungeladen. Damit das ganze besser rutscht, goldene Zutier dich abrutscht. Wart dir das Frühstück doch zu machen, ein Buchenkopfbuch, der berät, wie Dürer und Bläser und Gänsebraten geht. Wow! Wissen, jetzt ist er da komplett versaut, weil es dir am Magen völlig traut, ein Hildkopf kommt aus deinem Inneren heraus, jedoch nicht als die Beine traut dem Mann im Haus. Ich bedenke bei allen Essensdingen, das Leben soll noch Freude werden. Freude will geschützt sein, Kontouren, Erdschessen aus Wesen, das gute Stück und solche Angehörigen ein. Nach allem Glück braucht es nun ein gutes Stück und wähle mit Bedacht, was einen Jammer nochmals glücklich macht. Malore, Kugel, ist das wahrer Glück, nehmt davon jeden nur ein Stück. Zählen ruhig ins Bier und leisten wir aufs Zweckau ein anderes Bier und dazu hast du eine Höhre in den Rucks und sofort bekommst du einen neuen Rucks. Lieber Werner, kommst du nicht klar mit unseren Sex zum besseren Verstehen nochmal an die Sammeldecks? Die Ziele soll dir ein ständiger Bekleider sein, wenn dir fallen bestimmte Begriffe nicht mehr ein. Lieber Werner, die Jahre sind ich glaube, viel zu schnell an dir vorbeifahrt. Und du bist doch heute so erwachsen, das heißt frei für das Leben, erfahren und ein super Jahr, eben wie ein guter Bein. Wir möchten dir heute zu deinem 50. Geburtstag von Herzen gratulieren, das heißt Gesundheit, Glück und Lebensfreude wünschen. Wir sagen Dank für die Einladung und bleibt immer so ein doller Typ. Es ist nicht jede Zeit, die wir zur Verfügung haben, sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen. Machen wir es daraus, sagen die Sachsen, Uli und Elbe. Woll何? không? Kurz die Sicherheit. Wie z Roschowany processen Der ich mein Leben hatte die Sagen. Du bist ein Phären. Die Tasse Kaffee Und aus des Glan Die gestorben Die starben Die starben Die starben Die starben Die starben Vielen Dank. Das war's, das war's. Das seh ich noch nicht, ja, das seh ich noch nicht. Warte noch kein Lauf und blieb, da die Sorgen verliebt, aber die Tisch. Ich will das gut, du musst du mal essen, oh, ich bin das schön, oh, ich bin das schön, oh, ich bin das schön. Oh, doch, zieh ich mir das so, wie du lernst, ich glaube, ich bin jeder, oh, ich bin der, oh, ich bin der, oh, ich bin der. Oh, ich bin der, 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 oh Oh, ich hab mich nicht schüttet, schau mal rein. Alles verweist, alles verweist, alles verweist. Oh, wie ist das? Ich bin ja gut, Alter. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Schöne, 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 und der Sterne, und die Füße, Schöne, Schöne. Schöne, Schöne, Schöne. Schöne, 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 Schöne Das ist doch ich. Das Erdriebe ist weit ausgeschlagen. Ich habe doch eh einen Schatten überprüft und wahrscheinlich eine Mutfestigkeit. Die Motorbräuche liegen im normalen Bereich, ebenso die leicht erhöhten Abfahrtskehr. Vor allem im Karten der Oberfläche kann man schon muss gewartet werden. Das Schiebe ist auch noch eine Vorstellung in der Form. Allerdings hat er es drei Stunden mit dem Fahrzeug vor und einem leichten Auto. Der Kompressor ist leider zu groß, um zu fliegen. Der Kompressor ist von vielen gebraucht. Als ich benutze, habe ich meinen Kollegen, die versicherten, noch festzustellen. Die eigentliche Tür ist nur die Musik, die ich gerade vorbeigemessen habe. Bei Unregelmäßigkeiten gehen wir mal in der Apotheke zur Lärm, die blauen Pille bei der Arten empfangen. Dann wird sie wieder dafür funktionieren. Die entsprechende Plakette wurde aufgeklebt. Eine weitere Vorführung ist erst in zehn Jahren erforderlich, soweit in fünf Jahren eine Zwischenuntersuchung erfolgt. Die TÜV-Gebühren werden verfressen und versoffen heute Abend. »Harmburg« »Durch 2001« »Stempel und Unterschrift« Vielen Dank. Mama!